So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go, oder wie man es heute nennen müsste, Pokemon No. Erstmal möchte ich das Kanal-Maskottchen einblenden, denn es ist der 28.9. Grad, ich nehme das jetzt direkt auf für heute. Da es die Raid Mania ja nicht mehr gibt, wird es gefühlt ja auch kein Kanal-Maskottchen mehr geben, weil das immer darin bestimmt wurde. Deswegen lasst uns die letzten paar Tage mit diesem Mega-Requaza von Tobias Reuter genießen, was er bestimmt hatte als das allerletzte Kanal-Maskottchen. Dann habe ich gedacht, es gibt ja eine Forschung, weil gestern ein Event angefangen hat, da gibt es eine befristete Forschung, du kannst ja wieder raus, kannst ja diese Forschung machen. Irgendjemand hat mir sogar ein Ticket für die Ticket-Forschung geschenkt. Ich weiß nicht, wer mir das geschenkt hat. Es hat keiner was gesagt, ich habe das aber plötzlich bei mir drin, die Aufgaben stehen da. Dann habe ich gesehen, achso, das geht ja gar nicht, denn ich habe meine App gestartet mit dem Habanero-Account und da steht das, was jetzt aktuell hier gerade steht. Ich bin noch einen Tag gesperrt. Alles klar, drücken wir mal hier drauf. So, wie das jetzt ist, wenn man rausgeht und hier diese Forschung machen will, feurige Abenteuer. Das ist die Forschung, die kostet 2 Euro noch was. Sie können ja im Shop gerade kaufen, wo es vermehrt Hisui Fukano drin gibt. Muss man insgesamt nur 5 Kilometer laufen, gibt es sogar ein paar Brutmaschinen. Das finde ich eigentlich ganz cool für den Preis, wie die kostet. So viel kosten ungefähr die Brutmaschinen, das heißt, die ganzen Encounter kriegt man kostenlos und das sind ja nicht wenig. Ansonsten habt ihr hier diese normale befristete Forschung drin, wo man halt verschiedene Sachen machen muss, auch eben mit Routen. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn man jetzt so einen Soft-Bahn hat, ob wenn man Routen folgt, ob da überhaupt Pokémon erscheinen. Denn bei mir ist so, ich kann zwar Pokestops drehen, normalerweise, wenn mein Beutel nicht voll wäre. Ich könnte mein tägliches Pokémon fangen, was erscheint, wenn ich in die App gehe. Ich könnte einen Rocket-Ballon machen, könnte da was fangen, ich könnte Rocket-Rübel machen. Raids kann ich nicht machen. Das startet dann nicht, das hängt sich dann einfach auf. So wilde Pokémon kann ich auch nicht fangen und alles. Ich kann keine Geschenke schicken, weil man darf ja nicht in die Freundschaftsliste. Wenn ich auf meine Freunde gehen will, lädt sich das nicht. Das bleibt einfach immer so. Mir kann keiner PvP-Anfragen schicken, ich kann nicht mit meinen Freunden irgendwas machen. Ich kann also auch keine Pokémon tauschen. Ich kann gefühlt also nichts machen erst mal. Ich dachte, okay, nach sieben Tagen ist das ja weg. Dann kannst du ja nochmal weitermachen für die Community. Raids hatte ich ja den IvarMild-Account genutzt. Der schon ewig alt ist, hat ja gereicht, um euch Raikou, Entei und Suikun zu zeigen. Dann habe ich gedacht, was kannst du denn sonst machen? Die Leute haben sich ja auch dafür interessiert, was hat denn der Habanero-Account mittlerweile so. Du hast ihn ja ein bisschen bespielt und auch wenn er jetzt einen Bann hat, hätte man ja zeigen können, was der hat für Pokémon jetzt. Wollte ich eigentlich ein Video machen über die Pokémon vom Habanero-Account und habe mich dabei erwischt, wie ich einfach da gesessen habe und war so demotiviert, komplett. Das ist nämlich jetzt wieder so ein kleines Mimimi-Video, das ich einfach gar kein Konzept hatte und auch einfach keins gefunden habe, weil ich mich momentan frage, was mache ich überhaupt? Euch die Community-Rates zeigen vor Ort, rausgehen an der Arena, das Ding machen, zeigen was für Konda, kurz den mal. Das ist ja okay, dazu bräuchtest du ja aber keinen Hauptaccount, dazu bräuchtest du ja nicht den Habanero, dazu bräuchtest du eigentlich gar nichts. Irgendwas bräuchtest du dazu. Ich lasse euch die Arbeit machen und ich fange dann nur und das ist alles. Wenn jetzt aber gerade mal nicht sowas ist, was macht man sonst? Die Raid Mania macht man ja nicht mehr, Raid Touren macht man nicht mehr. Community Day musste ich auch mit einem anderen Account spielen. Selbst das, was man da bekommen hat, ja, okay. Ich hätte ihn wahrscheinlich hier mit dem gar nicht spielen können. Der hat halt keine Bälle. Den spiele ich ja jetzt free to play. Ich habe gesagt, okay, um den Main in Ehren zu halten, werde ich auf dem Account keinen einzigen Cent investieren, werde er nichts kaufen. Ich muss immer, also das kann ich jetzt mal machen, hier für 250 Coins könnte ich mir jetzt aber nochmal eine Itembox, Erweiterung kaufen. Aber da ist auch schon wieder das, dieser Zwiespalt. Du kriegst jeden Tag 50 Münzen. Du kannst alle vier Tage, kannst du was kaufen. Was kaufst du denn? Pokémon Aufbewahrung. Weil gerade wenn es C-Day ist und du viele Pokémon fangen musst, brauchst du halt viel Platz, damit du nicht alle fünf Minuten dastehst. Du musst erst mal 100 Stück verschicken. Oder kaufst du erst mal Itemplatz, weil es bringt dir nichts. Du kannst nicht viele Pokémon fangen, wenn du wenig Bälle hast. Also brauchst du ja eigentlich erst mal viele Bälle, um loszugehen und viele Pokémon zu fangen. Also irgendwie beißt sich das ein bisschen. Aber ich bin in der Pokébox, da ist das Limit noch nicht erreicht. Beim Itembeutel ständig. Das heißt, ich werde jetzt erst mal hier von meinen Grades-Münzen aus den Arenen, die ich ja nutzen darf und kann, die habe ich ja nicht mit Echtgeld bezahlt, schon wieder Itemplatz kaufen. Mit dem Itemplatz kann ich sogar jetzt hier die zwei Stops drehen, die da sind. Das ist sehr cool. Ansonsten, ja, zieht sich das alles, scheppert so vor sich hin. Die Leute haben mir auch gesagt, lad doch wenigstens fünf oder zehn Euro am Anfang auf, mach deinen Beutelplatz und so hoch. Dann kannst du doch immer noch ohne Geld spielen. Wenn du Tickets oder so kriegst von anderen, das geht bestimmt ganz gut, dann hast du ja trotzdem Spielinhalte und alles. Aber ich habe echt absolut keine Ahnung, was mein Ziel ist momentan oder was ich mir als Ziel setzen soll. Ihr wisst, ich habe es sonst ja gesammelt immer. Jedes Pokémon wollte ich im Pokédex eingetragen haben, auch als Lucky. Wenn man jetzt hier mal so reinguckt, da ist kein Lucky Hintergrund. Ob jetzt irgendwas männlich-weiblich ist, ist halt auch eigentlich egal. Ich gucke ja noch nicht mal, dass ich die Pokédex-Einträge habe von den meisten. Ich habe noch nicht mal wirklich entwickelt. Da denkst du dir, okay, du hast sonst Shiny-Familien gesammelt. Wenn ich jetzt mal hier auf Shinies gehe, ich habe momentan 46 Shinies auf der Hand. Wenn ich jetzt versuche, wieder Shiny-Familien zu sammeln, dafür fehlt mir definitiv der Platz. Also was macht man? Man sagt sich, ach komm, um den Pokédex-Eintrag zu haben, entwickle ich das einmal und dann schmeiße ich es weg. Vor allem, wenn es ein Shiny ist, was mir eh nicht gefällt. Im Endeffekt, irgendwann kommt einer und sagt, hast du Shiny-Dingsbums, kannst du mir das tauschen? Und dann tauscht du es dem, weil es dir nichts wert ist und derjenige das braucht, aber es ist dann wieder mega teuer. Der verbraucht dann sinnlos deinen Staub, ohne dass du was dafür kriegst. Mit dem Main war das anders. Mit dem Main hast du immer so sechs Stück von jedem aufgehoben. Wenn du auch beim Tauschen den anderen was bieten kannst oder dass du auch mal was verlosen kannst. Also ich weiß gerade echt nicht, was ich mit Shinies machen soll. Gefühlt sind mir Shinies momentan egal. Gefühlt kriege ich keine mehr. Spiel ja auch kaum noch. Und wenn ich dann doch mal eins kriege, dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, das zu verschicken. Einfach nur, weil sich alles falsch anfühlt. Das wäre jetzt meine Shiny-Sammlung hier. Ihr könnt ja kurz mal einen Einblick nehmen. Von Mirabla Day, den hat man ja gespielt, hat man ein bisschen was bekommen. Only you be the same. Hier so Paras, manches ist auch Krypto-Shiny dabei. Fluffeluff ist ganz interessant, weil das wurde ja gebrütet. Das gibt es ja so nicht. Dann hier, Hondusta. Das war in der Spotlight-Stunde, glaube ich. Kann sein. Trassler, das hatte zum Psycho-Event angefangen. Aber dann habe ich ja die sieben Tage bekommen. Und dann hat irgendwie die Nudel sieben Tage bekommen. Und dann hat irgendwie Sandra 30 Tage bekommen. Und dann hat die Nudel plötzlich auch 30 Tage bekommen in den sieben Tagen. Und dann hat die Hälfte vom Fanschat geschrieben, hey, ich habe jetzt auch das und ich habe das und das. Und gefühlt so viele schreiben die ganze Zeit immer zu, sie spielen jetzt gar nicht mehr und sie können auch gar nicht mehr spielen. Oder sie haben es jetzt sein gelassen oder sie haben auch einfach keinen Bock mehr. In den Gruppen siehst du einfach überall die Leute. Ja, ich habe hier einen Rage. Macht jemand mit? Das macht einfach keiner mehr mit. Das macht einfach keiner mehr mit. Die, die gesagt haben, ich mache mit, gib mir den Ort, ich hüpfe hin. Ich helfe dir mit meinem täglichen Pass. Die können ja jetzt nicht mehr hüpfen. Die sollen nicht mehr hüpfen. Also stehen die halt bei sich. Und fragen jetzt selber um Hilfe. Und keiner kann hin und helfen. Weil keiner will Geld ausgeben für Fanrate-Pässe. Und die vor Ort-Pässe kann dann keiner nutzen. Außer die Leute halt mit ihren, wo halt alles passt. Am Anfang war ich sogar noch motiviert hier mit Faircoli. Als Faircoli dann reinkam. Und dann hast du ein paar Faircoli bekommen. Da war aber die Nudel auch noch da. Da war die Nudel auch noch da. Da hat der ja auch noch keine sieben Tage gehabt. Da war ich motiviert. Ich dachte, okay, du bezahlst nichts mehr. Aber kannst trotzdem noch Spaß irgendwo haben. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Fühlt sich alles komisch an. Wie sieht es denn aus mit den Hundertern? Wenn ich hier auf die Hunderter gehe zum Beispiel. Ich würde euch meine... Also das Problem, was ich jetzt bei den Shinies habe, ist... Ich weiß nicht, was ich mit den Shinies machen soll. Theoretisch könnte ich die Shinies nehmen. Um für die Pokedex-Einträge... Nicht die Shiny-Dex-Einträge, sondern die Pokedex-Einträge... Das einmal durchzuentwickeln. Und halt nur die Endstufe aufzuheben oder so. Wäre eine Option. Dann nicht auf IV gucken, sondern immer nur das mit den höchsten WP. Wenn ich mir jetzt die Hunderter angucke. Ich habe gerade 17 Hunderter auf der Hand. Das ist auch hier geordnet. Da ist sogar 100%iges Krypto dabei. Oh mein Gott, hier 100%iges Krypto. Da sind gefühlt überall auch Schatten dran. Weil ich, wie gesagt, bis jetzt noch gar nichts entwickelt habe. Jetzt könntest du ja um deinen Pokedex, musst du ja trotzdem irgendwie füllen, sagen... Scheiß auf die Shinies. Entwickel einfach die normalen oder halt die mit den besten e.V. Entwickel hier zum Beispiel die Kryptos oder so. Dann brauchst du auch keine Shinies. Das nimmt ja Platz weg, den du nicht hast. Dann habe ich aber andere Hunderter dabei, wo ich mir denke, okay... Ferculi, 300er. Könntest du entwickeln. Mach doch im Video alle meine Hunderter. Entwickel die alle durch. Manche könntest du sogar dann hochziehen und pushen und maxen. Aber das wäre ja wieder so wie Max out Monday. Das musst du mal an einem Montag machen. Auf der anderen Seite... Was bringt dir das dann? An jedes Pokémon zu maxen und zu pushen und hochzuziehen? Das nimmt ja auch wieder Platz weg. Und vor allem, wenn du dann total sinnloses Zeug hast. Was brauchst du hier? Pycrawlon? 100%? Und max das dann oder was? Ich habe noch nie irgendwas mit dem Pokémon gemacht. Das ist jetzt hier als Hunderter. Theoretisch könnte ich es jetzt eigentlich auch einfach verschicken. Knilz als Kapilz. Das finde ich irgendwie nützlich. Ja. Und das war es. Auf der Seite sehe ich sonst nichts, was ich als nützlich empfinden würde. Was ich cool fand, das Quacks ist als Hunderter da. Felori ist als Hunderter da. Da habe ich auch noch nichts entwickelt. Aber die können dich sogar beide nehmen, entwickeln, durchentwickeln, hochziehen. Auf Level 50. Oh mein Gott. Krokel! Was mein Liebling gewesen wäre von den dreien. Das habe ich natürlich nicht als Hunderter gekriegt. Das ärgert mich sehr. Ich habe auch von Krokel auch noch nichts entwickelt. Obwohl ich den Pfad mit Krokel genommen habe. Und die Aufgabe war, ich entwickle einen Krokel. Also, Hunderter sammeln lohnt sich eigentlich nicht mehr. Ich habe hier Hunderter Snowbilly Cut. Was mache ich damit? Auf Level 40 pushen und aufheben? Eigentlich kannst du es wegschmeißen. Du brauchst es ja nicht mehr. Du brauchst es nicht mehr hier. Guck mal. Du sammelst keine Shiny-Familien mehr. Du sammelst keine Hunderter-Familien mehr. Du sammelst keinen Lucky-Decks mehr. Du sammelst keinen Gender-Decks mehr. Also, da frage ich mich dann halt, was mache ich eigentlich gerade? Ich müsste so viel entwickeln. Aber gerade beim Entwickeln blicke ich halt auch nicht durch. Wenn ich jetzt... Sag mal, ich habe hier so ein Hondio. Ne? Und dann bewerte ich das. Und dann sehe ich, das ist ein relativ gutes Krypto. Okay. Könntest du jetzt eigentlich erlösen? Dann ist es ein Hunderter. Ein Hunderter, Hondio, könntest du ja zum Biber machen. Ein Hunderter-Biber, könntest du ja mega entwickeln. Und könntest das wenigstens irgendwie pushen auf 40 oder irgendwann auf 50 oder wie auch immer. Hm, okay, okay. Da ergibt sich was. Mach doch ein Video über deine Kryptos. Bewerde mal alle Kryptos. Und die, die schlecht sind und nutzlos sind, die entwickelst du nur für den Pokédex-Eintrag und schmeißt sie dann weg, um wieder Platz zu haben. Und die, die relativ gut sind und zu einem Hunderter werden können, erlöse die halt für eine Hunderter-Sammlung. Die man ja aber eigentlich nicht braucht. Unbedingt. Oder so. Hier hast du noch, weil da eine Mega-Entwicklung dran steckt. Wäre das ja irgendwie was Interessantes. Nehme ich jetzt aber zum Beispiel Zubat. Genau. Wie sieht Zubat aus? Guck mal, dieses Zubat könntest du erlösen und es wäre ein Hunderter. Und dann könntest du sagen, ich habe einen Hunderter-Golbert. Hey. Dieses könntest du sagen, ja. Das kann ich eigentlich wegschmeißen, weil das wird kein Hunderter. Damit macht man auch als Krypto nix. Also das kann definitiv weg. Das ist gut als Krypto, aber machst du nix. Machst du als Hunderter, aber Hunderter-Golbert machst du eigentlich auch nix. Also willst du es denn erlösen für einen Hunderter oder schmeißt du es direkt weg? Oder entwickelst du es erst einmal durch, damit du den Pokédex-Eintrag hast? Dann halt auch als Krypto gleichzeitig. Ich habe echt keine Ahnung momentan. Ich wollte ein Video über meine Shinies machen, aber weiß nicht, was ich mit den Shinies machen soll. Ob ich die halt entwickeln soll oder ob ich die so lassen soll. Ich wollte ein Video über die Hunderter machen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Soll ich die durchentwickeln und pushen? Oder soll ich sie einfach wegschmeißen, wenn die nutzlos sind? Du musst ja nicht alles mehr pushen. Das war ja damals. Wollte ein Video über die Kryptos machen. Was mache ich mit den Kryptos? Ich weiß es nicht. Jedes, was ein Hunderter werden würde, erlösen. Ich erlöse ein Zubat. Es ist 100. Und dann zwei Tage später schmeiße ich es weg, weil ich Platz brauche. Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ihr seht, das Video hat kein Konzept. Ich wollte ja raus. Ich wollte das hier machen mit den Aufgaben. Das kann ich wahrscheinlich dann aber erst ab morgen. Da muss ich mal gucken. Das würde ich gerne in dem Video alles festhalten. Dann gibt es auch wieder ein paar tolle Items. Das ist ja cool. Ansonsten sitzt du halt den ganzen Tag da und drehst deine zwei Stops, die hier sind und kannst dann irgendwann wieder Geschenke verschicken. Ich setze mich jeden Tag in meine Arena. Ich muss mich selber aus der Arena wieder raushauen, weil kein anderer. Da verstößt du ja auch schon wieder gegen die Nutzungsbedingungen. Du gehst zur Arena. Du setzt dich rein. Du gehst die nächste Nacht zur Arena. Du musst mit einem anderen Account von einer anderen Farbe dich raushauen, dass du deine Münzen kriegst. Und dann deinen anderen Account raushauen, um dich mit einem richtigen wieder reinzusetzen. Schon verstößt du gegen die Niantic-Nutzungsbedingungen. Und jetzt kann mir keiner sagen, dass ihr noch nicht irgendwann euch selbst mal rausgehauen habt irgendwo. Oder dass ihr mal einen zweiten Account gespielt habt. Oder mal mit einem Account von einem Kollegen gespielt habt, wenn er keine Zeit hatte oder irgendwas. Also es ist doch egal, was man macht. Ich habe gesagt, free to play. Ich habe nie gesagt, der Account ist legit. Ich habe immer nur gesagt, ich mache einen, der ist free to play. Denn definitiv jetzt, dass ich mich aus der Arena rauswerfe, wenn ich da hinlaufe mit meinen Füßen und mich vor Ort da hinstelle und mich da rauswerfe, ist es schon nicht mehr laut Richtlinien. In dem Moment verstoße ich schon wieder gegen die Richtlinien. Könnte man jetzt schon wieder sagen, den Zinkmann, den sperr mal hier. Das wisst man, wir haben ja alle einen Hass auf den, der muss weg oder so. Ansonsten weiß ich nicht. Ich habe von vielen, wie gesagt, gelesen, die gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr. Viele haben gesagt, sie haben keinen Bock mehr. Viele hören auf. Viele, ja, ich würde gerne mitmachen, aber geht nicht mehr. Ich habe auch keinen Account mehr. Ist nichts mehr da. Das war's. Andere sind gesperrt. Ich habe auch von einem guten Kollegen, der drei Accounts auf Level 50 gehabt, von jeder Farbe ein. Das war sein Herzblut. Zwei von denen, äh, zwei von drei sind jetzt per Mal gesperrt. Die sind auch komplett weg. Er ist auch komplett am Arsch. Also schade. Raidtouren haben immer Spaß gemacht mit euch. Gerade wenn wir niemanden hatten, haben wir trotzdem die Möglichkeit gehabt, zusammen zu spielen. Haben wir nicht mehr. Es nimmt ab. Es nimmt ab. Es wird ruhiger. Es wird komisch. Ich habe keine Ahnung, wo das noch hinführen soll. Wie sieht es bei euch denn aus? Habt ihr Bock noch? Merkt ihr einen Unterschied? Merkt ihr, dass es zurückgeht? Merkt ihr, dass die Leute verschwinden? Oder sagt ihr, ich kriege nichts mit. Ich habe Bock und ich habe weiter Bock. Bei uns hat sich nichts geändert. Ich beneide euch, wenn das so bei euch ist. Ich habe jetzt die letzte Zeit auch probiert. Ich habe in Mining, ich habe den Dragonite gefragt. Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe für Mining? Habt ihr eine Telegram-Gruppe für Mining? Der hat mich bei Campfire irgendwo. Geh mal da rein. Ich gehe da rein. Du fragst da, da kriegst du von keinem eine Antwort. Dann gehst du in den Discord rein, fragst da was. Das ist so totenstill. Der Nächste sagt auch, die Gruppe ist eigentlich inaktiv. Und du denkst dir, alles klar. In Hibu war schon tote Hose. Du warst alleine, jetzt bist du hier. Jetzt hast du auch tote Hose. Also, es ist egal eigentlich, wie du es machst. Egal, wo du bist. Du bist eigentlich alleine. Du bist am Arsch und dann hast du einfach keinen Bock. Ich bin kein Spieler, der rumläuft alleine für sich und sagt, ich spiele für mich, ich bin der Beste. Ich war jemand, der gern mit anderen zusammen gespielt hat, weil das Spaß gemacht hat. Aber irgendwie ist jetzt der Strick gerissen. Die Reißleine wurde gezogen. Die anderen stehen alleine da. Ich stehe alleine da. Diese Verbindung ist fort. Und es fühlt sich halt einfach nur total dumm an. Ich weiß nicht. Also, damit man überhaupt noch was macht, damit man überhaupt noch existiert, weil man ja irgendwie auch gucken will, wie sich das alles noch verändert und so, ja, versucht man dann bald zu bleiben. Aber so schwer war es noch nie. Und das hat nichts damit zu tun, dass man faul ist und keinen Bock hat, sich zu bewegen. Ich gehe immer raus für jedes Drecksvideo. Ich war immer draußen bei jedem C-Day dann. Ich war, habe Dinge gemacht, die haben andere noch nicht gemacht. Und das alles legit. Aber irgendwie ist die App halt tot. Für mich, in meiner Welt, ist die halt leider tot und ist gestorben. Während bei anderen es dann jetzt vielleicht erst mal losging. Deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich merke einfach nur, ich sitze da, ich will eigentlich was machen. Und ob ich nun das mit den Shinies mache oder mit den Hundertern oder mit den Kryptos. Ich habe keinen Plan, was ich da überhaupt machen soll. Das schockiert mich selber irgendwo, weil normalerweise habe ich immer so viele Ziele gehabt und habe immer genau gewusst, zack, 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 fertig. Perfektionistisch, veranlagt. Das muss alles, das reicht nicht. Wenn da was angefangen ist, du musst das erst fertig machen. Das muss erst, das muss sitzen, das muss, ah, und jetzt? Naja, wozu soll ich das machen eigentlich? Das ist doch Quatsch. Und das ist schlimm, das ist schlimm. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das wirklich belastet. Such dir Hilfe, Mann. Das ist doch nicht normal. Wie kann man denn so wegen so einer App so rumheulen? Ja, das ist halt das, was mich total aus diesem schwarzen Loch, in dem ich mich damals befunden habe, rausgeholt habe, weil es damals halt wunderbar und toll war und es war das Beste, was mir je passieren konnte und die ganzen Leute dazu und die ganzen Veranstaltungen und das alles, dann waren die Leute weg. Und dann hätte ich merken müssen, die Leute sind weg. Also du kannst es nicht mehr spielen, weil es nur mit anderen geht, gefühlt. Ich wollte es aber nicht aufgeben, weil es mir ja gut getan hat. Also wollte ich weitermachen. Also musste man Wege finden, wie man weitermachen kann, um auf anderen Wegen andere Leute kennenzulernen und gerade über diese Fernraids und diese ganzen Sachen normal spielen konnte mit anderen. Aber dann fällt das auch weg. Jetzt fällt das weg, das fällt weg. Hier unten hat es natürlich. App will einem einfach sagen, wir brauchen dich nicht, wir wollen dich nicht. Spiel du mal was anderes. Das haben ja schon viele geschrieben jetzt auch. Spiel am besten was anderes. Die App ist eh doof. So, fertig. Aber ich weiß nicht. Es ist so, es ist kompliziert, es ist schwer, es ist... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schreibt bei eurer Meinung rein, wie es bei euch momentan aussieht. Spielt ihr noch regelmäßig, jeden Tag? Hat sich für euch nichts geändert? Merkt ihr, dass euer Umfeld wegbricht, dass viele weg sind? Oder wie äußert sich das bei euch? Habt ihr noch Motivation? Habt ihr keine mehr? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und ich hoffe, morgen sind die sieben Tage weg. Ich kann mit der Forschung anfangen. Wenn dann jetzt morgen 30 Tage auch noch kommen, einfach so, dann, keine Ahnung, keine Ahnung. Sehen wir mal, was passiert. Viele Sachen in letzter Zeit, die passiert sind, waren nicht mehr erklärbar. Und deswegen, na jändig würfelt er irgendwas aus. Also, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.